Welt seid mir gegrüßt zu meinem Let's Play Resident Evil 4 Na Spaß natürlich, machen wir das nicht in dieser Qualität Auffallt Bumm So Jetzt aber richtig Seid mir gegrüßt und willkommen zum finalen Part von Resident Evil 4 Ich vermute jetzt aber finalen Part Denn ich habe wirklich nicht mehr viel zu tun Warte Nicht mehr viel zu tun Ansehen was ich habe ist hier Die Runes Dann dieser Teil der Map Und ich glaube dann ist das Spiel finito Ok Google starte eine Stoppuhr Professionell Leute So und male mir Wehrmacht Soldaten aus dem 2. Weltkrieg Dann ist eine Anspielung, die will ich nicht erklären Die müsst ihr nachgooglen was ich meine Hat was mit Googles AI Germany zu tun So Ok hier ist nichts Ich glaube ich weiß ich gucke was passiert Sie sehen auch mindestens aus auf jeden Fall Ich wusste es Ich bin so schlau alter Ich bin wartet für dich Röke Oh Nichts Worte bei der Frau Ist das Ist das Es ist also ähnlich wie du Du hast immer Wurreste Ich kann niemanden retten! Entschuldigung, Krauser! Being a lack you for these maniacs won't bring your men back. And what the hell for? Revenge on the government? You think they would want that? Revenge? You think I'm doing all this for revenge? Isn't that what this is all about? See? In that jungle, I had a revelation. The most important thing in this world is pure, unadulterated power. Most Illuminados have given me that. You know, you were always an asshole. But at least you had some kind of code. Some honor. Look at you now. Enough reminiscing. Move out and draw fire, soldier! you knew it was a lot of Ah shit. I'll give you the four. Bubba Smoke him he's coming again. Oh fuck! Zoos. Stop! Scheiße! oh no! Nein, er ist ein Ninja. Ist er jetzt gorn? Ich glaub er ist gorn. WTF? Das ist irgendein Nachzeichen. Ey, 3 Minuten ist 17, okay. Das ist ein neuer Rekord, glaub ich. Ne, aber es gibt echt solche Runen, die sehen so ähnlich aus, aber naja. Ich hab echt nicht erwartet, den Dudes so früh zu sehen. Übrigens, ich spiel das Spiel auch zum ersten Mal mit meiner neuen Maus. Ja, die... Ich kann's sagen, Rock Compure Optical, aber die haben auch... Gibt's nicht mehr, kann man nicht mehr haben, glaub ich, was halt gebraucht war. ...kaufen. Meine Razer, meine Razer DeathAdder V3 Pro. Kann ich nicht defusen werden. Ich hab's gar nicht probiert, aber es mir nicht egal. Schau her. Ich liebe meine Razer DeathAdder. Oh nein! Nein! Oh nein! Nicht bei der Falle kämpfen, Alter. Oh Junge, okay. Oh shit! Junge, das ist voll spooky der Typ, Alter. Danke, Krause. Nein! Nein, nein, nein! Oh nein, das ist nicht selber! Wie löst man die Autos mit Mütze? Hä? Der ist jetzt unten drunter. Die ist futtig im Schärfen. Kann ich einfach drauf schießen? Ja. Ja. Habe ich jetzt von der weiteren Distanz machen sollen? Ah, ich bin in der Plänenfalle gelaufen! Oh oh! Oh fuck! Lass mich zurück! Okay. Der hat mich aber nicht getroffen. Die Sau, Alter. Was ein wacky Maze, der für mich baut, Alter. Er scheint mich echt zu lieben. Warum wird es sein? Blät! Junge! Harte oben. Aber man spielst ziemlich dunkel aus irgendein Grund. Geil, sag ich. Ich werde den Autos natürlich dann hochjustieren. Okay. Moment, jetzt kann ich doch was craften, oder? Nein, kann ich nicht. Ich habe einen Craft Cockblock, Alter. Das darf ich wahr sein. Ich bin kein Stranger zu covert Taktik, weißt du? Covert Taktik. Wie kann ich es vergessen? Shit! Dieser Bastard. Der zeigt dich nicht. Ah okay, wir sind hier. LOL Ah shit! Still alive, huh? Du hast Glück. Ja, ja. Bitch ass, Alter. Alter Maul. Komm schon, flieg doch. Oh fuck. Oh fuck. He he he. Spass. Hast du nicht ganz auf ihn gehört, weil er auf den Autos wieder war? Egal, ich weiß. Das Spiel schießt, weil er ist japanisch. Du hast wirklich alles ausgelöst. Du musst ihn nicht haben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde fragen, wenn ich ihn sehe. Das Spiel schießt, weil er ist japanisch. Danke für die Kiste. Ähm. Best Start. Kriegt er nicht nochmal? Ähm. Oh warte. Gut, dass ich Leo streamen geguckt habe. Shit. Dich hat das Roten. Boah, das hätte ich gesagt. Wahrscheinlich kriegt Leo gerade wieder so einen Schlag, einfach wie ich bei ihm beim... Einkaufsautomaten bei Bioshock einfach ähm... Das ist es, Soldat! Ja, das ist es, Soldat! Ja, das ist es, Soldat! Ja, das ist es, Soldat! Abschlechen! Uh! Ja, fuck! Ah, shit! Ah! 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 Oh nein! Oh! 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 Ich wollte nicht perfekt halten, aber egal. F*** dich! Nein! 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 Wuh! Putz Junge! Oh Junge! Das ist geil! Ah! Uh! Fuck! Fucking Fanboy! Das ist... Hä? Hast du auch einen Schaden? Lass mich kurz nachladen, Bro. Er zieht sich jetzt aus. Oh nein! Oh nein! Crowder ist ein Prototyp! Die Feature ist ein Prototyp! Oh nein! Oh nein! jetzt kurz nachladen ich sagte dass ich jetzt kurz nachladen ich schaue gar nicht groß wort hat man will wahrscheinlich dass ich ich will rifle er morgen ja schon richtig anfordern geht es doch blöd ich habe gewählt weil sie um schiebt was bringt die schiefer ich habe die power der ist das schimmel fragan sollte beide blonden mit einer erstellung wird mit der lüge drückt hat zum maul also ich habe hier gemacht Das ist ein bisschen cringe, ein bisschen cringe, warte mal, warte mal, warte mal, ganz ruhig, ganz ruhig. Ach, scheiße, die Wand dann. So, ich bin ein Dummi. Ich habe vergessen, die Blitreds hochzustellen, das heißt, tut mir leid für die ersten Minuten fucking garbage. Diese Lesung beginnt richtig, jetzt. Nein, es ist Zeit für den Lehrer, die sich kreischt. Oh, ich habe so viel confidence. Bring her, Rookie! Oh, yeah, let's go. Boots, 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 Boots. Ja, defend es. Boots. Boots, Boots, Boots. Okay, das ist, glaube ich, nicht perfektiv. Boom, Junge. Nein, ich habe den Tastik gedrückt, das gibt es nicht. Nein, lass mich halten, du Arsch, Alter. Boots, Boots Boots, bitte. Boots, Junge. nein lass mich junge sticht sich ab jetzt haben wir beide weggeblasen ich habe ihn jetzt gefickt junge nicht bringt sie weg du musst du Das ist alles, was du musst. Das ist richtig. Das ist alles, was du bist. 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 Das ist krass. Fighting knife. Das ist jetzt mein richtiges, oder? Ich nehme es auf jeden Fall. Das ist alles, was du bist. Das ist alles. 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 Das ist alles, was du bist. 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 Cool. Was sind meine Results? Das ist alles, was du bist. 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 Das ist ja schulierig. Ich bin jemandem, wer du bist. Ich glaube, dass der Charakter war so annoying und pretentious. Ich weiß nicht, wie er das so nennt. Gott sei Dank. Der wunderschön, der ist unter der G. Ich bin auch ein Joke, ich bin ein Joke, deswegen passt das schon. Das muss ich sein Sanctuary sein. Ashley? Ah, das rhymes mit WELCOME. Oh, was du買st? Kriegen wir noch Geschätze Alter? Ich weiß nicht, ob das jetzt normal ist, aber ich speichere noch mal kurz, ich speichere nämlich den Spielstand hier. Also ich mag sehr die Save from Music, äh Musik, Save from Music und ähm, die, die auch im Hintergrund läuft, das kippt mir sehr. Gut, ähm. Ich weiß nicht, kommt noch Schätze, warte mal, das kann ich ja nachgucken. Lass mich, immer kurz Trailer, ich guck mal kurz. Da ist ein Treasure, da ist ein Treasure, da sind noch vier Treasures, okay. Ich, 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 ich gehe sicher selber, ich verkauf jetzt mal die Emirates und was nicht. Äh, aber ich will Tune, erst mal reparieren und dann, oh. Fighting Knife. Also ist der noch stärker? Wobei, die Arme ist zu verlieren. Ich hab kaum Geld. Wie im Relay-Falter. Oh man, das war jetzt scheiße. Egal. Ja, das war alles. So, übersprich mal das mal, falls das Spiel wieder denkst, du bist abgestürzen. So, bringen wir es jetzt zu Ende. Laufen wir los. Laten wir es und geh wieder nach. Scheiße, ich hab... Oh. Aua. Oh wait. America, fuck yeah. Da läuft der deutsche Musik, jetzt ist Ada. Aber wer hat ihn gerufen? Oh. Warte mal. Die... Digga, was? Ah. Hm. Wo habe ich die Fische her? Alter, was? Ich weiß nicht, warum klingt so offended, aber ich mein, ich mein's ernst. Oh shit. Ich weiß jetzt, was ich machen müsste, aber ich wollte den anzünden. So, jetzt aber. Wow. Ah, der ist ein... Putz, okay? Shit. Oh, ich kann den abschichten. Putz, Alter. Warum? Ich hab so viel gedrückt. Oh shit. Ist der was, Alter? Fickt euch alle. Ah, fuck. Ah, nein. Ich wollte... Ich wollte... ...seinen Monotor abschießen. Das... Junge, das war ganz so painful. Ah, ich brenne, hört auf. Nein, nicht auf sie schießen. Lass sie verbrennen. Junge, wie oft will ich noch gegriffen werden? Der Helikopter ist sowas am Black Ops, Alter. Weil halt... ...Schuis im Vietnamkrieg verwendet wurden. Ist halt nicht... ...dauere, ich hab halt ein... ...Half-Life-Mind, wenn ich sowas sehe. Irgendwann so, oh, ich muss wieder brechen. Breche jetzt und das aufbrechen. Breche jetzt und vor allem... Brechstange. Ich hab grad einen Kult... Ich hab grad einen internen Schock in mir. Gibt es... Brechstange. Eisenstange? Eisen... Was hab ich grad gesagt? Eisenstange. Was hab ich grad gesagt? In welcher Realität leben wir eigentlich? Oh Gott, das kann ich benutzen? Das ist ein Maxim, Alter. Das Maxim schießt nicht so schnell. Ne, jetzt im Ernst... Was hab ich grad eben gesagt? Brecheisen. Sag mal ein Brecheisen. Ne, man sagt doch Brechstange. Kann man auch Brecheisen sagen? Ah, da. Ah, nur ein Red Beryl. Jungs, ich bin nicht am Trippen, oder? Brecheisen sagt man auch, oder? Oder hab ich gesagt Eisenbrecher? Alter, ich hab keine Ahnung. Ich lass mich mehr weiter. Brecheisen, Eisenstange. Brecheisen, Brechstange. Aua. Ich werd so gebongt, Alter. Lass mich doch in Ruhe. Warum hast du das nicht früher gemacht? Ist das cringe, was ich grad mach, Alter. Wie ich dein Helm weggeschossen hab, haha. Oh ja, nein. Oh, Junge. Oh nein, das ist so ein fettes Teil. Bam, Junge. Fähig. Ich hab's auch hier in die Luft schmecken können, aber... Hab ich halt nicht. Also lass mich dich nach für... Das ist nicht, wenn ich so ein Viecher habe. No, 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 Alter. Alter, es hat acht Kanonen. Jeder gute Pilot pissen sein... Pissen sein Cockpit, Alter. Ich hab's auch verpasst. Okay, mach mal das jetzt mal hier. Äh, ja, mach mal das jetzt mal hier. Ich weiß nicht, ob er mich targeten kann, aber ich vermute es auch mal. Ja, ja, ja. Ah, Junge. Whatever you say, Bro. Oh, Leute. Ich hör Sachen. Bro. Ei, ei, ei. Bliet. Nein, das brauchst du nicht. Nein. Das brauchst du nicht. Hab ich auch Flashbangs? Ja, Junge, hab ich auch Flashbangs? Junge, hab ich auch Flashbangs? Nein, hab ich nicht. Ich baue jetzt mal ver. Junge, was denn ist scheiße. Das ist ja wichtig. Du auch. Wir stechen jetzt auf. Na, da hat er halt nicht. Brenn, Junge. Warum haben wir so viele, weiß ich nicht, im Molotow? Was ist das? Ah, sieh, was treffen, Digga? Fack mich nicht ab. Wo bist du? Wo ist sie? Da. Ich hab mich extra umgucken mit der Maus, die leichter ist, als ein Backstein, Alter. Oh, schlicht ab. Oh, hat mich gehört. Boah, Junge. Verpiss dich. Das ist besser. Schlicht ab. Oh, Junge, es kommt ja. Richtig. Boah, Junge. Wo bist du? Wo ist andere hin? Ich hab beide getötet irgendwie. Was, ne Katastrophe, Digga? Bro? Schimmel, Alter. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Verpiss dich. So. Das kann ich jetzt mal aufmachen, weil ich muss jetzt zurück. Ähm. Ich guess, hier ist irgendwo eine Treppe. Oder auch nicht. Was hab ich eigentlich gemacht? Okay. Warte mal. Warte mal, warte mal. Ganz kurz. Was hab ich da jetzt nicht hochkommen? Geh, die Züge jetzt auf. Warte mal, warte mal. Ich hole mir die Resources erst mal. Oder du schießt auf mich. So, hier müsste irgendwo ein Heilspray gewesen sein. Genau. Ne, Gunpowder. Äh, da hinten war das Heilspray. Ah, da hinten. So. Ja, da geh wieder hoch. Leon, ihr sucht der Loot Goblin. Da hat er recht, Mr.Präsident. Da hat Mr.Präsident recht, ey. Ich kriege mir den Bastard einfach, seine Pfeile trefft mich eh nicht. So. Gehen wir hier runter. Bin ich eigentlich, ich bin richtig, ja. Was? Eine Stufe über mir? War was? Yellow Herb, alter. So, was muss ich hier holen, sorry. Ich bin ein Loot Goblin. Okay, jetzt geht mir langsam auf die Eier, alter. Ja, ja, ja. Maul. Putz, Junge. Nein, aua. Da steh ich mal gut. Putz, Junge. Ich geh tot. Ey, ey, da. Mit dem Maul, Alter. Geh auf. Geh auf. Junge, ich will. Scheiße. Warte, lass mich hier mal. Oh, nein. Aua. Nicht, ich muss runter. Wie ich bin voll. Bin ich voll hier. Komm, 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 komm. Putz, Junge. Wie, da steht auf. Oh Gott. Alter. Wie, die leben noch. Jesus Christus, alter. Bisschen ludicrousse Idee, aber. I mean, why not. Lass uns ein bisschen scheiße bauen. Kannst doch nicht so weit werfen. I guess, wenn ich hier hochgehe, kann ich das aufräumen. Ich bin voll. Weh mal. Drehe ich auf den Dude. Habe ich den Dude getroffen? Ach, ich kann einfach so drauf schießen. Okay. Hör mal auf, mich anzuwideren. Das war schon kurz privat zerregert. gespast oh ma beach real, alter oh, das war falsch so, craften wir mal ich brauch Raffel komm wir machen wir machen wir machen zur Gönnung ah ne Junge lass mich kurz alles nachladen so ihr werdet so rasiert, alter sicher, sicher, ich will nicht wieder gleich gebatten werden ja das will ich hören america ja ja das ist gut, dass ich nicht gehoffen habe einer hier ist da nein du nicht warte lasst mich mal kurz scheiße sind runter oder nix alter ich will nicht belegen warum ich das gemacht egal das war so ein waste of ammo alter kommt runter ihr kasper alter der tut schon sich an ja ist richtig so junger jetzt packt mich aber ab alter war junger du brennst doch ich wollte hier hochgehen alter na warte du bastard warum ist er nein oh mein gott warum ist er geturnt denkt das nicht ich hab's nur komplett gemeldet oder wie man das fachkleid und sagt es ist der medal um ganz sicher zu gehen jungs die müßige Tense heißt es gibt den Gegner runter was gab es hier unten eigentlich ich weiß aber auch gar nicht was ich jetzt tun soll alter die musik ist aber geil alter von die geige nein es ist violine habe keine ahnung heißt wirklich so oder kann auch geil gesagt was früher so gemerkt auch geil gesagt kann war die violinik sind ganz fancy zu fancy von mir alter ich schwöre ich hab grad den bogen gehört oder sowas Oh nein, ich geh ein Fettstuck Oh, nicht du Oh nein Boots, Junge Stich Verpisst euch Oh nein, ich muss abladen Boom, Alter Und er droppt nicht mal was, okay Bam, Alter Ich steh nicht auf Ich bin mal kurz Sparmodus gegangen Mach ich aus, Alter, mach mir Feierabend Äh, genug herumgekaspert, Alter Ach, die können leer gehen, ich hab's jetzt gesehen Oh Mann Oh Gott sei Dank, Alter, hab ich noch das getroffen Geh mal hier runter Ich will da hoch, ich will die Luten, weil ich brauch alles Da hab ich noch 24 gehabt, okay Ich freu mich auch mal fertig hier Das ist cringed, das ist cringed, das ist voll cringed Mhm, 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 okay, passt 30 Ich jetzt mal ein paar Fische, Alter Sorry, ich bin ein Lootgoblin, ich hol das jetzt mir Äh, äh Ein Feature, das ich von der Logitech G402 wirklich vermisse, ist, dass ich das Mausrad freistellen konnte, Damit ich so wirklich lange, lange, lange drehen kann Das vermisse ich sehr Gut, mach mal kurz einen Check, wo hier noch Treasures sind, okay Direkt auf meinem Weg, okay, ich kann die nicht verpassen Vielleicht krieg ich dann noch so ein komisches Außerfakt, womit ich das mit Edelstein bestücken kann Und dann hoffentlich, hoffentlich maximalen Gewinn auch machen kann, bevor das Spiel vorbei ist Aber ich glaub auch irgendwie nicht, ich glaub nicht, dass wir es erreichen werden Ja, ne, ich mach nichts, ob mein Soundlevel ist, ich wollte mich grad lauter machen, hab ich gemerkt Der Postedit, Roman, wird's gar nicht mögen Get here! Thanks! We can out of here, drinks are on me! I don't want to go back! Please, Delta? Ich wusste noch noch Ashy erditten Na egal, wirklich abstoßen oder sowas Oh nein, Fliegedinge Oh nein, Fliegedinge Adam Sandler Adam Sandler Scheiße Fick dich Fick dich Fick dich Mein Boy Mike hat das nicht verdient, halt ihr Bastarde, ich bring dich alle um Jetzt erst recht Jetzt erst recht So Was an Sandro Zuck denken Jetzt gibt's Payback Also mach ich einen Ah Geil Kann ich das zählen? Ich weiß nicht, ob ich das zählen soll Ich weiß nicht, ob es so interessant ist Aber Ja, ich hab damals Ein, einen Ich war auch ein Kind, also das war jetzt nicht so, dass ich jetzt erwachsen war, und dann noch ein Kind Ich war ein Kind, ich glaub 14, 14 war ich da, 14, 15, der war 13, 14 so, die die Videos gemacht haben, die waren sehr schlecht, ähm, boah, MDCC661, Cliffside Epitaph, ich kann die Zahlen nicht aus jetzt, ich glaub 2000 irgendwas. Trost 7, nee, 1918, keine Ahnung. The bones of our brethren rest in all nations, the blood of our brethren provides all food, we die only to be reborn, we live on full eternity, we reign absolut, keen and slender. Commander keen and slender, äh, dem Sender. Stuff of royalty. Kann ich da was reinmachen? Nein. Oder? Ja, schade. Okay. Ähm, ja, okay, das ist fast. Das heißt, die Frage ist, ob ich nicht übel oder was? Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ähm, ein anderer Zock, hab ich halt ein bisschen, ich hab, ich hab immer so genannte Kanalzerstörer. Und ich hab, ich hab ihn halt, ähm, damals hätte ich gesagt, ich hätte kritisiert, aber heute, ich hab ihn geärgert, ich hab ihn geärgert, ich hab mich so lustig gemacht, wie er, wie er geredet hat, in einer monotonen, langweiligen Stimme. Und ich hab dafür gefunden, dass der Minecraft statt coolen Survival-Mode, äh, Pussy as Gravity, ähm, Pussy as, ähm, Kreative spielen wollte. Und... Und das war halt ein Grund für mich, das Kind zum... Er hat so viel Schwachsinn geredet hat und, ähm, auch gemacht hat, in Minecraft vor allem. Er ist irgendwie drei bis viermal gestorben und kam einfach nicht drauf klar. Er kam nicht drauf klar, so oft zu sterben und hat dann mitten im Spiel gesagt, also Leute, wenn ihr, wenn ihr wollt, dass ich ein Creative-Destell mache, wir können das ruhig machen. Weil er gestorben ist und das nicht mehr ausgehalten hat. Weil er, weil es ihm viel zu hart war und die Leute wollten halt ein Survival-Destell von ihm sehen. Ja, das fand ich halt witzig. Und ich fand's auch witzig, dass er halt... Also, er stirbt, rennt dahin, macht die gleichen Fehler, stirbt wieder, rennt dahin, macht die gleichen Fehler, stirbt... Also, keine Ahnung, ich... Ich hab'n sehr stumpfen Humor manchmal. Und... Deswegen fand ich das sehr unterhaltsam. Vor allem... Als er... So ist er... Gestorben ist, hat er gesagt, ähm... So. Jetzt gibt's Payback. Mit dieser monotonen Stimmung, das war's... Ich hab mich so gepisst, damals zu lachen. Als er nach einem Creeper sowas gestorben ist. Okay. Müssen eh runter für ein Million. Lass dich fallen. Okay, mit der Tasse. Ja. Deswegen dieses Jetzt gibt's Payback. Das ist die... Das ist der Insider. Da ich's euch erzählt habe, ist kein Insider mehr. Ihr seid nun... Wie Insiders, oder sowas. Warte mal. Kann ich nicht bis dann... Richtig besseren Spot haben. Gut, wo ist der Rest jetzt? Einer ist halt hinter dieser Tür. Einer ist auf dieser Ebene. Okay. So, warte. Wenn ich jetzt hier entlang laufe. Aber das ist doch... Das letzte, oder? Nee. Okay. Okay, gehen wir weiter. Gehen wir hoch. So sind wir hier oben. Dann müsste das Pedagion vielleicht oben sein. Und muss drunter gucken. So. Ja, das wird so ein Rutsack mit dem Insider. Weil damals, Leute, will ich das nicht machen. Ich hätt ihn einfach in Ruhe gelassen. Ich hätt ihn Ruhe gelassen, seine lustigen... Äh, das wäre ich's machen lassen sollen. Am Ende ist man immer klüger. Sag mal... Es ist ein Schub unter mir, aber es ist dort. Digga, wo kann ich von hier reingucken? Kann ich hier irgendwo reingucken? Nee. Die hat übrigens so ein ganzes Netzwerk von Zockt-Leuten. Also, Sandro Zockt, Mati Zockt, ähm... Den Namen gibt's nicht, aber... Also, den Namen hatte keiner von dieser Gruppe, aber... ...Kevin Zockt. Ähm... Ja. Ich hab dir den ganzen Netzwerk kaputt gemacht. Weil ich... Als sie gesehen haben, dass ich deren Boy, Sandro, gemobbt habe. Die natürlich sehr willkommen und haben unter mein Minecraft-Video... Die haben kein aktuelles Video genommen. Die haben einfach mein Minecraft-Video genommen. Und haben drunter geschrieben... Oh mein Gott, so ein Noob, so schlecht. Mach das mal mal. Passiert mal dieses Video? Also, gleich, wenn ich's erzählt habe. Geht mal auf meinen Kanal. Jetzt guckt... Okay. Folgendes. Ihr pausiert das Video. Und das will ich nicht, wenn ich's erklären will. Ihr pausiert das Video. Geht auf meinen Kanal. Klickt auf Videos. Dann auf Älteste. Und klickt das erste Video an. Diese ganzen Dislikes, die kamen von diesen Leuten. Und eben die auch gesagt haben... Äh... 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 Ich bin ein Noob und ich sag mal sowas halt. Also... Das kam von denen. Weil ich den Boy, Sandro fertig gemacht habe. Ich bin nicht stolz drauf. Das war ziemlich kindisch damals. Das ist nicht cool. Was ich aber lustig fand, ist... Nachdem ich ihn... Einmal gelöscht hat. Also, hat einmal der Kanal gelöscht hat. Also, am zweiten gemacht. Worauf ich dann wieder kommentiert habe. Aber ganz normal. Ohne... Ohne Bobbing. Einfach so, ey, cool, dass du weitermachst. Und so... Und so... Ich war wirklich positiv. Und da... Also, ich hab mich ein bisschen lustig drüber gemacht, was er wieder gemacht hat. Aber... Nichts um deine Haare, du bist so schlecht. Bitte löscht dich. Natürlich nicht. Das hab ich nicht mehr gemacht. Eine echt schwere Decke. Bin ich einfach, weil ich ein Fettlack bin. Ähm... Ja. Er hat den Kanal wieder gelöscht. Also... Ich hab ihm Angst gemacht. Er hat den Namen gesehen. Er hat meinen Namen gesehen und dachte... Scheiße, nicht der Typ. Nein. Das war dann Mr. X. Sein Name ist das, dass Red Devil 3. Naja. Egal, zurück zum hier zum Spiel. Biological speed-image transfert. The repairs were completed without issues. Since the facility was previously used for confinement, the work required to reinforce the airtight ceiling was minimal. And as long as we don't run into any issues with the cooling system tests, we plan to bring in all of the remaining speciemen from facility 1. All the speciemen were successfully transferred, however, we experienced a slight hiccup during transfer, as one of them became violent. Luckily, the number of casualties was less than anticipated. Please be extra careful when dealing with them. We have received a port that they are beginning to acquire a tolerance to the low temperatures. Okay, okay. Ich höre den Typen, ja. Ich höre den Typen. Die Frage ist, ist da hier hinten. Da oben. Komm, Rota. Komm, Rota. Da, okay. Okay, das muss ich jetzt tun. Fehlt noch einer. Habe ich einen verpasst? Ich hoffe nicht, Alter. Oh yeah, let's go. Let's go. Egal, besser als nichts. Das ist scheiße, oder? Also, das ist wirklich, was ich mache, aber das ist scheiße. Ich kann nur den Duo-Bonus haben. Och, Mann. So eine Kacke. Das wird er sollen müssen, aber über mir sein. Komme ich noch hoch? Ja, okay. Mir gefällt das nicht. Mir gefällt das gar nicht. Ah, das ist ein normaler Bock. Nee, eine Schlange. Wo bist du? Wo bist du? Uh, bist du am Ernst? Wo bist du? Oh, Junge. Ach, nö. So ein Scheißdreck. Oh, Junge. Weißt du was? Weißt du was? Bleib ruhig stehen hier. Oh, ich muss nachladen. Steh mal kurz. Oh, Junge. Ich bin so schlecht grad. Ich bin so schlecht grad. Nein, Junge. Was ein Müllsack, Alter. Und wo ist die Schlange hin? Wie viele sind denn hier drin, Alter? Ich seh nichts. Oh, Junge. Was bist du jetzt denn? Was bist du jetzt denn? Ding, Alter. Warte, ich mach mal das hier. Nein. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin eingangt. Boah, Junge, was passiert hier eigentlich? Das war ein schlechter Move. Ich hab Leertaster gedrückt. Ich wollt's einmal dodgen, okay? Wollt auch mal was cooles machen. Oh, man. Moment. Okay, noch weiter oben, okay. Habe ich jetzt alles hier drin? Ja, okay. Dann komm ich nicht weiter. Viper. Also hier. Die nächsten liegen vorne, die kämpfe ich aber nicht. Ah, schlechte, Alter. Hallo, was geht? Geht ihr direkt weiter? Ja. Scheiße. Ja. Scheiße. Wie komm ich, wie komm ich hoch? Hätte ich doch von unten schießen können? Hätte ich doch von unten schießen können? Hätte ich von draußen schießen können? Oh, ich hab keine Ahnung. Oh, ich hab keine Ahnung. Passt rum. Aber passt. Kann ich zurück? Willkommen. Was kann ich euch interessieren? was ist denn? Ansonsten kann ich euch nicht mehrैren? Ja. Oh Mann, erst mal aber meine Buddy auch mal reparieren. Ich find's gar nicht mal so wichtig, das jetzt reparieren. Oh, ich kann mir was... Ich speicher. Also ich speicher auf dem zweiten Ding. Ich kann nicht mehr zurück. Scheiße, oder? Nein, oh mein Gott. Okay. Darauf erst mal. Ich habe eine neue Maus. Vielleicht will ich jetzt eigentlich die Challenge fertig. Beziehungsweise versuche ich noch ein paar von den neuen zu machen. Ich glaube es gibt noch neue. Ich glaube es gibt neue. Als ob jetzt nichts neues da ist. Ich glaube wir haben alles. Okay, gut. Machen wir. Machen wir. Versuchen wir das mal. Das klingt schon mal gut dann, alter. Reload. Machen wir. Da chillen wir. Mal gucken. Ich darf meinen Cross ja nicht so sehr bewegen, weil ich zu diesem Musik abweife, alter. So, jetzt. Wir kosten uns jetzt nur auf das letzte. Ja, das brauche ich nicht. Ich brauche nur das. Ich brauche nur das. Musik abweig. Das ist's. Das ist's. Das ist's. Wir kommen nicht mehr zurück? Scheiße. Ich hab gar nicht mehr. Boah. Ist das Arme oder sowas? Lass mich in Ruhe. Ja, toll. Ich hätte easy kill haben können. Warum ist der jetzt geplatzt? Spass. Na, ich habe das Kopf vergessen draus zu machen. Ich schläfe an der Guh drin. Hm, crosser. Gleich nicht die Bücher. Für mir locken. Flieg da rein oder so. Halt nicht. So ne. Arschlöcher. Na, den kann ich da rein locken, komm. Bitte sag mir das. Airburst, nice. War auch nicht geplant, aber war cool. Seht aber immer noch. Oh man, es geht immer weiter. Aber ich will nicht weiter. Ich hab die Axt abgeschossen. Aua. Junge, das soll die Scheiße. Oh, ich hab doch... Oh, jetzt bin ich in der Panne, Alter. Wie trägt ich den Sch... Okay. Wissen Sie was? Wir machen das Schlauer. Kommt mal zu mir. Hehehe. Ha. Kommt mal her. Kommt mal her. Hehehe. Die haben sich wieder aufgeworfen. Oh, der mit einer hat es gerubbt. Boots, Junge. Oh, oh, oh. Jetzt muss ich ganz schnell eine Torchrolle machen. Puts, Junge. Okay, jetzt hab ich ein Problem. Moment, wir machen das ganz schlau. Erst mal nachladen. Putz, Junge. Suck, suck. Suck, suck. Neee, ok, ok, ok. Verstehe. Hallo! Oh, die Scheiße. Ich bin komplett leer. Meine Ball sind gedraint. Meine Hoffnung ist zerstört. ich komme nicht mal zurück alter so ein scheiß dreck wenn ich richtig gucke es müsste ja das hier sein genau kann ich das hier nicht snipen oder so also nicht mit der schloss genau aber könnte ich das schnipen vielleicht von hier oder so peter tat oder geht es echt von unten nur so ein scheiß dreck was uns auf der anderen seite ist dass man das legit nur von dort dort hinten holen kann oh man das ist ein trauriger tag für deutschland deutschland scheiß die wand an scheiß die wand an for real alter ich hoffe dass man hier hochkommt was klein abschlechen platzen platzen die einfach also ich so perfekt nicht treffen kann alter ich krieg den kollaps alter ganz ehrlich warum ich so plötzlich das nicht aufnehmen kann es ist echt so ein kockblock also ich weiß nicht ob ich kann ich mal rausfinden ob ich richtig oder falsch stehen kann also ich immer noch die hoffnung dass ich das abschießen könnte ojo junge warte mal warte mal schimmer 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 das bräuchte ein büß ja mit r so ist krieg das wird so taktisch gedocht alter das war's fast und der cheater doch vielleicht von hier nein das ob es mich so gut kopf lockt das ist doch nicht mehr feierlich mann also das ist doch nicht mehr feierlich die feier müssen die feier muss eingestellt werden ist doch scheiße ich hab's gesehen und ich wollte aufhören aber weiter gelaufen ich hätte auch sonst hin zu sprinten glaube ich habe ich so fertig es macht mich wirklich so fertig alter weil das das ding muss ganz oben sein das ding muss halt oben sein weil ich habe jetzt die höchste etage und da ist es halt da ist es so das schlimmste was wenn wir hier wie möglich was passiert ist alter was ist das munition munition die ich nicht dafür verschwenden kann mein ding zu holen ok wie viel haben wir wirklich noch wie viel haben wir denn wirklich noch habe ich noch diesen ganzen bereich oder ist dieser bereich hier egal was es ist egal was ich gehe zurück ich gehe zurück ich gehe zurück ich kaufe ein ja ich will kein risiko mehr eingehen ich habe kein bock auf die scheiße ich will das risiko nicht eingehen noch einmal über den trailer gewissen zu sein ja wie viel zu verschwenden haben wir noch vor uns 3 naja wir haben wir gucken und ich gucke mal kurz zurück hoppla hoppla steht willkommen got a selection of good things on sale eigentlich bald die schlange gut ist neu wir kriegen das nicht mehr wir kriegen das eh nicht mehr okay dann nutzen wir das geld einfach für alles was ich will gut ich liebe das messer ich mache es besser von ich bin mal für real ja ja ich hätte jetzt das andere bester machen soll jetzt mal ich verstehe schon ich bin grad mad as fuck alter ich bin mad booty alter egal wie gehen wir gehen aber warte ich vielleicht kann ich von hier gucken da ist gar nicht ist dann hier hinten ist dann hier hinten ich glaube ich habe meine augen spüren was vor ich habe da ruhig was blaues gesehen oder ne ich schieße trotzdem mal drauf ne tu ich nicht oder komm ne da ist nichts ne 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 ich seh da gar nichts ich wollte einen anderen Turm auschecken warte 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 ich sag mal kann durchsnappen egal scheiß drauf ich kann nichts mehr tun geht gar nichts ok nein du hast mein Kind was du willst ich möchte ich wünsche mir diese Gäste mit so vielen wie möglich ein Hügelchen nicht du siehst wir alle durch den Heiligen Körper und jetzt deine Fische und Böden deine sehr Gedanken sind schon mit uns oh shit warum du sie schweigst wenn du nur die Heiligen Geist musst du nur die Heilige Geist wie sie hat Suggler Ah yes, the time has come. The Holy Slam is warning our Covenant. Oh, blessings unto him and the sweet mercy they bring. Exalt! And let it be done! Leon! Go! Fuck you, Adam Sandler. Asia Town is here. Sorry, China Town. Asia, I need it. Er hat seine Momen verloren. Hey, warte, was ist denn mit dem Treasure? Alter, ne, will ich das doch fast aber dann rastlich aus. Ashley. Ashley. Ich kann die Web gar nicht mal aufmachen. Ich geh einfach, ich geh einfach. Laboratorie B. Hey, looks like it's this way. Jetzt spielen wir die Covenant 4-Missionen. In der unser, in der unser Buddy, äh, ähm, Macmillan, äh, nicht mehr gehen kann und wir jetzt tragen müssen. Oh, shit, wie ne Fleshpring. Äh, 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 äh. Still you resist, child. Der Endless Lenser will so weiter unbedingt Filme machen, das gibt's nicht. Was sind die ganzen Kunden bei einer WTF? Digger, was ist mit dir? Okay. Flumpf. Flumpf. Es ist Zeit. Es muss anders sein. Machen wir jetzt mal fette Operationen, let's go. Das hat wahrscheinlich auch im Training gelernt. Das war's. 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 Ich dachte ich gebe 14 Schöpters, wir sind schon mit 16. Eine Stunde habe ich gebraucht, 131 Bickels, das ist scheiße, da kann man ja gestorben, so machen wir weiter, ja komm, speichern wir, warum nicht, speichern wir meinen Verlust der fucking Mist mit der Yons, also ich werde nicht neu laden, das Spiel ist authentisch, wenn ich was verpasse, verpasse ich's, okay, aber ich habe auch neu geladet, das ist dann, egal, egal. Ashley, ich bin hier, ich dachte, dass du sterben würdest, okay. Junge sieht einfach übler aus als Sie, man. Ja, ich habe das gemacht. Kannst du aufhören? Ja, ich habe es gefunden. Ich glaube, es sagt, dass wir raus können, wenn wir hierher gehen. Hey, wir sind ein Team, oder? Warum kannst du immer Ja sagen, Al Riz, aber sie ist trotzdem zufrieden, Alter. Deswegen ist auch Leon wegen dem Al Riz. For real, for real. Ach du Scheiße. Ist doch das? Kann auch, kann auch, wo das noch geheilert ist, Alter. Rest in Peace, Medallion, ich krieg dich auf jeden Fall nicht mehr. Oh, all of this. Subject regarding our arrangement from Lewis, I have compiled the research data that you wanted. Ich werde nicht versuchen, ihn in deine Scheme vorzulesen. Meet me at the designated time and place. Be clear, you are going to get me the hell out of here if I bring you the goods right. From AEW, also Adam Sandler. Ne, keine Ahnung. I hope you haven't forgotten about the Amber. Ah, Ada Wong. Without it, the data is worthless. It would be a shame to let your seat go to waste. So do not make my... Make me return empty-handed. Do still remember the code phrase, let's assume. Relax, I haven't forgotten and don't worry about the Amber. I'll figure something out. I think you can pick me up... Can pick me up a pack of smoke sanitizer and any brand is fine. Scheiß Raucher. Yeah, we're a lie. Thanks to him. How many things there is. Methods of orientating in Las Plagas. There are two ways to really get Las Plagas. Anti-gen injecting surgery. If the parasite has not hatched yet, it can be treated by administrating anti-gen directly into the body. Once it's hatched, however, there is not much that can be done besides how it's growth. Through surgery, the Plagas can be targeted and killed using a certain wavelength of radiation, but this is not without the risk. If the patient has attached itself to the host's nervous system, the host will experience excruciating pain and there is no effective anesthesia for this kind of procedure. Surgical removal carries considerable risks even before the parasite has fully developed. Once fully grown, however, it's too late. Removing the parasite would kill the host. But considering what will happen to them, death may be a mercy. Europa-lab Europa-lab Europa-laboratory-6-stream-team Ha! 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 Hui! Ich kann's drehen! Umbrella war doch wichtig! Da ist er in der Mitte. Die anderen kenne ich nicht. Die anderen sehen aus wie Stock-Fotos aus irgendeinem Grund. Umbrella Corporation. Ja, ich hab... Ich dachte, die wäre nicht relevant, Alter. Ja. Aktien bringen Scheiß um, Alter. Er, Seder's Animus. Oh nein, das heißt, ich fühle es auch in hier drin. Do not be fooled into thinking that last Plagas are merely tools for creating powerful bio-weapons. Their true value lies in their ability to control. No matter how hostile the subject a single injection can turn anyone into a faithful servant. Who needs spies when I can turn yesterday's enemies into today's ally. Controlling just one insider can bring an entire organization and entire country to its needs. Mass production of the superior species has made this possible. We have empowered Sandler. It is clear what he intends to do next. Can you imagine if Sandler had that much control? Six billion loyal servants at his sole command. There would be no opposition. No war. Maybe for the first time in hearing ministry the world would do peace. I don't know how Sandler and the other self-oppress the people of this island for generations. I don't know how he treats them. That's no way to live and because of that I won't let it happen. Starcomputer. Guy. The Amber. This sample which I've come to call the Amber was just sitting in the Starbomb collection dot. We used our Ampel specimen for experimentation in the past. So it makes sense that this one was overlooked. In fact the only reason I brought it back to my lab was because of its peculiar shape. After a basic analysis I've changed my mind. The Amber's procedures are very unique quality. Although small in the suspended state it contains the same organ found in the dominant species which we held on the scene in Sandler himself. When fully developed the Amber may revival or perhaps even surpass Sandler's power. Unfortunately the Amber was confiscated by Sandler before I could make any further progress in my research. He may be onto me. I need to get my hands on this Sandler again and escape in order to continue my research elsewhere. It's the only way to encounter Sandler. Of course I don't think I can trust this outside group either but I've already come this far. Hopefully I can speed talk my way out of this one too. I left too. For the worst sake. What a hell of a damn girl. Someone had a field delude in the Umbrella Labs. Das ist nicht das unbefassungsvolle Ort, das ich vorher hatte. Das hast du zugeschlafen Keine Leute sagen, es ist unangenehm, ich habe es gar nicht vermerkt Hoch Ja, Treasurer Sorry Wie gesagt, wir sind ein Team Du bist gut an das Genau? Du bist sicher, du bist okay? Ja, ja, ich war immer zu Treasurer Gut, wir haben kein Treasurer, wir machen weiter Äh, keine Ammo Und habe ich noch ein paar Herbs? Okay Oh Ne, es ist vor mir, es ist vor mir, okay Da hinten, okay Das war nicht ich, das hat er selber gemacht Leon Spread out Okay Fuck Jetzt ahnen müssen, Junge Junge, was ist mit dir? Ich habe nichts gegen gelesen, aber ich muss nur trinken Okay, das ist plötzlich so Eliminator Final Chapter Praise be to the holy insects Praise be to the holy insects We have been promised paradise on earth Man, woman or child His love does not discriminate Beast, fish or bird All creatures shall be blessed Praise be to the holy insects We are the humble servants of God His wisdom will overcome any mountain His omnipotence will cross any ocean The light of heaven dwells in all things The light of heaven dwells in all things Let our bodies be the seedbed Praise be to the holy insects We are the flock And the shepherd Guide us Our prayers will be sung all over the world They will be heard by all Well, at least be sure you exceeded the stars in the sky Okay 5th Osmoon Oh god Provence, Monolith MDL, IV I can't remember what it is in the sky Deep beneath the castle grounds I have found my... 2014? 2004? I don't know I have found my faith Oh behold the divine vestige left upon this world That is all begins The Adam Sandler Illuminate outspendant Yeah So, that's all the treasures here Wo, wo is that? Ah, now can you go back? Where is that? Ah, I have to go back Ah, I have to go back I have to go back Then here to the left The treasure And then I can buy it And then the boss comes Come on Hey It's so bad That I couldn't buy it I couldn't buy it I know I have already sent it To get something To get something To get something At the castle At the castle of Ramon But I will not do it Really not Not With that At the castle of Ramon So Okay I have to touch the glass to pass the rest of the castle You bastard du musst mit den gelten moment schon da vorne scheiße bürger sammeln sie nur in einem spiel durch alle auf der irgendwas gerade wahrscheinlich alle schätze oder so ist ja das war es okay man macht das mad ich halte einen letzten treasure wo ich was machen kann so ein scheiß weg verkaufen verkaufen du kannst du kannst du kannst du kannst du kannst du kannst du wird das super so leicht die ja wichtig ist mir nichts mehr alter das ist auch scheiße zu machen fucking video weg mit dir wird 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 das geld und repartieren alles Gut ist neu. Das ist gute Arbeit, wenn ich so sage, dass ich mir selbst gesagt habe. Was machen wir voll? Lass mal... Lass mal... Ich weiß nicht. Das Messer ist voll gut und das kann ich mir voll machen, aber ich weiß nicht viel... Warum die Gears of 1? Das passt schon mal, das ist gut so. Kommen wir auch an das Besser vollkommen, egal, kaum. Oder halt so voll wie es geht. So, was haben wir noch ein bisschen da? Auch hier rein. So, sprechern wir die Scheiße. Die werden aber nicht sterben, weil es gibt andere Rituale-Spieler, wo sie auch vorkommt. Ich weiß nicht, dass er mich auslösen wird, aber wir spielen den Remake. Okay, bleib hier. Es wird nicht lange dauern. Okay. Das finde ich immer eine Jacke hat, Alter. Das ist bestimmt... Da ist bestimmt ein kalter Wind, das ist auch eine Insel, Alter. Um jetzt gar nicht geil rumzuhängen. F**k, ich bin cool, Alter. Du bist bist ein Wiebrenge. Du bist bist ein Wiebrenge. Du bist bist du... Du bist bist... Du bist... ...vergengeist bist du... ... der richtige G enhanced Gverst. Ja, hier gibt es nicht so drüben. Fuck, meine Lüfte, alter. Alter. Ich will weg! Ich will weg! Ja, das kann auch... Oh, Scheiß, die Wandern! Scheiß, die Wandern, Alter! Ich hätte, glaube ich, Deckung suchen sollen. Oh, renn! Hier können wir nicht zacken. Junge, was eine Mist geworden. So, Leute, abfahrt! Wir machen das hier fertig, Alter! Let's go! Scheiße, ich treffe dich! Aber dich treffe ich! Oh mein Gott! Oh, ich hab keine Deckung! Oh nein! Junge, sieht der Goopy aus! Ähm... Blatt wurde ich geponkt, Digga! Lass mich mal kurz, lass mich mal kurz craften hier! Micros! Wie willst du das parieren, Alter? Oh, ich Junge! Weils nicht! Scheiße! Shit! Nein, verpisslich. Hatt nach. Ich habe es bei Speedrunner gesehen, wie es bei einigen anderen Bösten macht. Scheiße. Wie es bei einigen anderen Bösten macht, deswegen denke ich, weil es eine gute Zaxe ist. Ich habe es bei Speedrunner gesehen, wie es bei Speedrunner ist. Ich habe es bei Speedrunner gesehen. schieß junge war das los natürlich meine munition nehmen dass ich schon kraften er darfst du nein ich wollte gerade den decken gehen Hab ich den? Nee, das war doch nicht alles, oder? Dafür kriegt man keine Schiefmink? Oh nee, ich wusste nicht zu Ende, ich wusste nicht zu Ende. Aber was ist das denn, Alter, das ist doch mal... Ender Sender kann ruhig verpissen. Ich bin richtiger Muratana, ich schieße einfach. Oh fuck. Fuck. Ich lasse, ich hüße mich klatschen zu lassen. Digga, jetzt wird es langsam peinlich. Bin reingelaufen, Alter. Hey, bin Eid, oi. Murier, es murier. Töte es. Töte. Ich bin ein Heiliger Körper. Töte es. 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 Was machst du denn? Nichts persönlich, Leon. Luiz und ich hatten eine Behandlung. Keine Angst, ich will sie gut beachten. Der Ried ist hier. Du kommst? Ich denke, wir beide wissen, dass wir das. Das ist, wo wir unsere separate ways gehen. Ich sehe. Sie muss grinsen. Als ob sie einen Black Hawk kriegt! Und ich nur einen Huey, Alter. Egal. Better get a move on. Ach, wie süß. Wie kann man es nur so cool sein, Alter? Wo geht sie? Wer weiß. Ich verstehe nicht, warum würde sie... Wir müssen gehen. Die Island wird blöden. Es wird funktionieren? Ja! Das ist eine Anime-Regel. Wenn der Bösewicht gestorben ist, muss seine ganze Facility explodieren. Wieso Anime? Das ist bei vielen Sachen so. Oh, fuck. Ja, Tracer, das ist echt Spaß. Habe ich jetzt mal ein paar Fische. Hm. Komm, wir brauchen ein bisschen Handcarn-Ammo. Ich habe nichts mehr davon. Achso, da. Oh mein Gott, der ganze... Steig die Wand an. Ja! Ja! Speichern. Mein Brain ist halt so manipuliert, Alter. Ich... 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 F nicht... Alter, wär ich die ungewählt und ich hätte die Hook gefuckt genommen. Ich hätte die Hook gefuckt genommen und werde umgefallen, weil ich die nicht tragen könnte. Wie viel Schotter? Oh, Junge. Arschloch! Alle 1,5 Minuten, Junge, wird langsam echt eng. Rein in den Water-Scooter, auf den Water-Scooter. Macht Full-Gas, ich will nicht anhalten. Oh Junge, wie war eh's Combat, Alter. Ja, über die Schaste. Ja, 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 ja. Drachen-Schanter. Holy shit, da war Feuer. Fuck. Chill mal, chill mal, ich mach den Scooter noch kaputt, Digga. Ja, 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 super. Dude, warum hat sich so foofy angehört? Boah, du Feuer! Ab geht's! Speed! Wer ist die? Oh, brauer. Oh, ich wurde so gebombt, Alter. Dass nicht abgebremd ist, hat der Fringe. Oh, scheiße. Digga. Ey, doch, ey, ich hab fast gestorben, Alter. Das war verrückt. Aber jetzt muss ich das Bädoyon sicher haben. Wenn du in deinem Zuhause bist. Wenn du in deinem Zuhause bist. Danke für mich zu schützen. Keine Ahnung. Du weißt, ich könnte ein Wort mit meinem Vater haben dich auf meine Detail, wenn du interessiert bist. Du brauchst nicht mich. Du sprachst, dass du dich selbst konntest. Auch wenn du eine Lässe in Knife-Safety kannst. Komm her. Komm her. Komm her! VerACH an всех. Komm her! Komm her! Komm her! Was du mit Ashley alles korl? ằ ich jetzt zurück! So, und das war das Resident Evil 4 Remake. Fakt, so zufrieden, oder komm, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, Junge, ist jetzt fertig, nach, Alter, hab ich angefangen, September, oder? Nee, November, glaub ich. Nach, acht Monaten, nach acht Monaten ist das Projekt endlich fertig, ging bisschen länger als erwartet, das ist okay, ähm, ich bedanke mich bei jedem Zuschauer, der nicht Leo und ich bin, ähm, ja, das ist, ins Verfekt, teile Spiel, auch wenn, die Storyplot Elevator, ein bisschen, bisschen schwächer waren, ich weiß nicht, dass die Story schlecht war, oder sowas, das meine ich halt nicht, aber ich meine nur halt, das war nicht wirklich, die Atmosphäre, und wie, wie, wie man das halt fühlen soll, war nicht wirklich so präsent, meiner Meinung nach. Ähm, aber es war ein gutes Spiel, es ist, es ist, es ist, ich hab nichts Negatives, Plan-zu-Bahn-zu-Bahn-zu-Bahn-Standen, außer, ich weiß nicht, wie das halt sagen soll, ich hab die Story, nicht so, äh, wie, ich weiß nicht, wie das sagen soll, also, ich hab jetzt nicht, den Story-Teil ist, den stärksten Teil von Spielern gefunden, es war halt eher so, ich hasse halt was, ja, es hat einen Grund, warum du überhaupt da bist, und das Story-Teil fordern, wirklich in Tiefel ging's nicht, und es war auch nicht wirklich, jetzt nötig, nur, dass es mir aufgefallen war, weswegen der, einfach der Story-Part einfach, nicht so stark für mich war, ich hab jetzt nicht so eine starke Verbindung zu den Charakteren, außer halt Ashley, aber es liegt auch nur daran, weil hier bei mir Primal Instincts geweckt werden, dass ich sie beschlitzen muss, ah shit, ey, da hat uns geplayt, wir sind, 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 das Lager drin, ich glaube, ich hab jetzt früh geredet, ich glaube, es läuft noch ein bisschen weit, patch me through, I've obtained the Amber, Excellent Just one question What are you planning to do with this? We do not pay you to ask questions All you need to know Is a new dawn is breaking A hundred will give their lives So that just one may live I am expediting that change So we're talking millions of casualties Billions How ambitious We're changing course now Okay I'm going to take a break Okay, I'm going to take a break That's what I'm interested in That's what I mean, that's what I'm missing Aber, 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 aber das war nicht der Fokus, glaube ich, vom Projekt. Die Finns, die machen es gut, die können es weiter beibehalten. Es kann auch ruhig mehr davon sein. Mehr Story Bits und Pieces, damit die Charaktere mehr flashed out sind. Das ist meine Meinung, aber es ist nicht schlecht. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist. Okay, das war ganz cool. Ich weiß nicht, wo Wesker ist, aber wir werden sehen. Und meine Meinung dazu, dass Resident 5 nicht Remaken sollte, ist, ähm, Bullshit macht ein Remake davon. Es gab eine Debatte wegen Rassismus, wenn man Schwarze in einer unentwickelten Stadt umbringt. Und ich denke mir so, yo, manche Teile von Afrika sehen immer noch so aus. Nicht jede Stadt in einem dritten Weltland ist hochmodern. Ich weiß nicht, welches Afrikanische Land ist. Ich glaube, es ist effektiv. Aber es gibt viele Afrikanische, die halt so aussehen. Somalien und sowas zum Beispiel. Also ich verstehe jetzt nicht, warum das Rassismus sein soll. Dann haben die auch irgendwas mit Kolonialismus und Leute. Brühe dich mal, das ist ein Videospiel. Naja. Anyways. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch für die Leute, die nicht Leo und ich sind. Nochmal die letzten Credits durchlaufen. Ihr könnt das ja eigentlich beend, wenn ihr wollt. Das waren meine Gedanken zum Spielen. Combat ist mir richtig gut gefallen. Also das Beste an diesem Spiel ist der Combat. Das ist das Geilste, was ich je in den letzten Jahren gespielt habe. Was nicht primär nur Shooter ist. Ja. Beste Combat. Ego Schusser geht raus, dann Doom Eternal. Das ist immer noch ein Schlag bei meiner Meinung nach. Ähm. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es wärmstens empfehlen. Auch für den Vollpreis. Aber ich würde nicht den Vollpreis zahlen, weil Legend für so viel Geld. Gepot! So. Das nächste Deadplay wird sein. Oh Gott, darauf werde ich mich freuen. Das wird aber auf meinem zweiten Account sein. Äh Resident Evil 7 Remake. Äh Resident Evil 7? Äh. Final Fantasy 7 Remake und das wird ein Spektakel. Weil das ist ein Spiel, was ich so vor... Also ein Genre, das ich nie angefasst habe. Ich hab nie... Ich hab nie einen JRPG gespielt. Es wird ein Spektakel und ich werde es durchziehen, egal wie schwer es ist, ich werde es durchziehen. Ähm, ansonsten würde ich noch sagen, es reicht jetzt, dass es eben beinahe Fritz-Alarke kommt. Auch auf meinen zweiten Account, der verlinkt ist in der Beschreibung. Ja, soll ich noch was so sagen? Nee, wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Spiel oder beim nächsten Shitstorm. Bis dann! 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 Untertitelung. BR 2018 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 Achtel Stunden. Das ist krass. Kein Scheiß, das ist krass. Wann kann man ein AAA Spiel raus, das so lang ging? Und so pulver mit Sachen. Oha. Ich hab 78 mal gesaved. Ich hab B. Oh, Unlocked Costume. Homemaps. Flycats. Accuracy in 69. Nice. Okay. Ich hab vergesst, dass wir sowas für Results kommen. Okay. Dann speichere ich einfach hier oben. Okay. Okay, jetzt kann man sagen. Noch mal. Vielen Dank für Zuschauen. Wer nicht, Le und ich ist, wird es beim nächsten Mal sein. Für den Star of the Resident F. Für den Star of the Final Fantasy Dream Remake. The Larco. Oder ein drittes Projekt, aber ich sag das nicht. Bis dahin. mal her. In der Zeit. Auf geht's. Ich sag das noch mal. Ich sag das mal. Aber ich sag das nicht. Ich sag das mal. Mal. verz. Vielen Dank.